Die Grünen haben heute ihre Arbeitsschwerpunkte für den Herbst präsentiert und das sind Umwelt, Gesundheit und Integration. Konkret fordert Klubobmann Lambert Schönleitner eine Novelle des Raumordnungsgesetzes mit einem Einkaufscenterstopp sowie ein neues zeitgemäßes Naturschutzgesetz. Die neue Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Sandra Krautwaschel, will bei Gesundheitsreformen die Betroffenen stärker mit einbeziehen. Beim Thema Integration hoffen die Grünen, dass der überparteiliche Schulterschluss der Menschlichkeit im Landtag weiter anhält.